... wieder unterhalb dieses Kopf. Was soll denn die Scheiße? Bitte was? Was glaubst du meine Freundin an, du Bastard? Glaubst du nur, weil ich Deutscher bin, kann ich nicht zuschlagen? Ich hab mich entschuldigt, aber mit dir kann man anscheinend nicht reden. Es sind Arschlöcher wie du, wegen denen alle Türken und Araber gleich verurteilt werden. Guck dich an. Wunderst du dich wirklich darüber, dass wir so über euch denken? Du Wichser! Komm mal, die Kampi! Das ist klar! Komm mal, die Kampi!